Hallo, ich bin Lydia Hopfgartner. Herzlich willkommen im Lebenswerk, Einkaufsladen für Leib und Seelof. Begonnen hat alles mit dem grünen Smoothie. Als ich dieses Getränk vor vier Jahren kennengelernt habe, war ich überzeugt davon, das braucht die Welt. Und somit habe ich den ersten grünen Smoothieladen von Wien eröffnet. Was ist ein grüner Smoothie? Das sind Blätter mit Obst in einem Mixer zu einem Getränkemixt. Das habe ich hier schon vorbereitet. So mixe ich jeden Tag frisch. Und ich darf Sie jetzt einladen, einen Schluck zu probieren. Der grüne Smoothie wird in den Becher gefüllt. Deckel drauf, Strohhalm. Und schon haben Sie einen Smoothie bekommen. Sie können den grünen Smoothie natürlich auch in der Flasche mitnehmen. Der grüne Smoothie besteht aus Blättern wie Salat, Spinat, Mangold, Radieschengrün, Wildkräutern und Obst. Weil sonst würde das nicht gut schmecken. Also wir mixen jeden Tag den Smoothie frisch mit Ananas, Banane, Apfel, Zitrone, und ein Stückchen Ingwer und ein paar Datteln zum Süßen. Das können Sie ins Büro mitnehmen und haben Ihnen die perfekte Mittagsmaßzeit. Der grüne Smoothie ist auch geeignet, um Gewicht zu verlieren oder zu entgiften. Das Chlorophyll der grünen Blätter ist einfach das perfekte Nahrungsergänzungsmittel aus der Natur. Sie entgiften, Sie bekommen flüssiges Sonnenlicht zu trinken. Sie kriegen das, was die Tiere automatisch beim Fressen von Gras bekommen. Nämlich pure Natur, unmittelbar, unverarbeitet und vor allem in einem Zustand, dass Sie Rohkost bekömmlich verdauen können. Denn der Mixer, mit dem wir das gemixt haben, hat die Zellulose komplett aufgespaltet. Und Sie werden keinerlei Fölle geflügelt, keine Blähungen und keine sonstigen Beschwerden, wie bei Rohkost sonst üblich haben. Das ist Rohkost von feinster Qualität im möglichst natürlichen Zustand.